Was geht YouTube? Tactics ist wieder back am Start und heute ist es der zweite Vlog, den ich aufgenommen habe. Wir waren erstmal in der Lobby vom Hotel, haben ein bisschen gechillt, ein bisschen Internet gestreut und ich habe ein paar Kommentare beantwortet, Fragen beantwortet und alles. Und dann sind wir mit dem Auto, wir sind in den Wagen gestiegen, sind dann direkt zu so einer Burg gefahren, hier in Alanya. Ja, und ja, die Burg ist sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr alt, damals noch von den Königen und alles. Und das war eigentlich ganz interessant, das Ganze mal zu sehen, als Türke mal die Sehenswilligkeit in der Türkei zu sehen. Ich habe da sehr, sehr viele Videos gemacht, aufgenommen, die Sicht von da oben ist einfach nur göttlich, Leute. Also für jeden, der mal überlegt hat, in die Türkei zu fliegen, ich kann Alanya echt nur empfehlen. Es ist echt extrem geil hier. Es gibt natürlich auch andere Städte hier, die auch extrem geil sind, wo es auch viele zu sehen gibt. Aber hier einfach in Alanya, hier war ich zwar noch nie, ich war in Antalya, das ist auch hier nah dran, ich war in Kusasas, ich war an vielen Orten. Aber Alanya hier, das ist eine Nummer für sich mit dem Hafen, mit dem Meer. Ja, keine Ahnung, es sieht einfach extrem geil aus, die Sicht von da oben, also man muss erst mal hochkommen. Das war auch echt extrem schwierig mit meinen Eltern, mit meinem Bruder da hoch. Wir hatten zum Glück einen Wagen und konnten hochfahren. Aber die ganzen Touristen, die da zu Fuß hochlaufen, das ist echt eine Qual. Also in der Sonne, es war 40, 45 Grad immer noch und einfach extrem heiß. Und das waren gefühlte 60 Grad, man hat unnormal geschwitzt und alles. Und ja, wenn euch dieser zweite Vlog gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen hoch, schreibt es in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Und ansonsten, ja, das war halt der zweite Vlog. Abonniert natürlich nicht vergessen, das wisst ihr auch alle. Und ich muss jetzt auf jeden Fall weiter zum Essen, zum Mittagessen, meine Eltern warten schon, mein Bruder auch. Und dann lade ich das Video hoch und ansonsten sage ich tschau und tschüss und bis zum nächsten Mal.